Hallo zusammen, das ist die Sarah und ich bin die Jasmin. Und wir dürfen hier im Tag gut das Musical Marta und Maria, zwei ungleiche Schwestern, organisieren. Und das können wir nicht alleine, sondern wir brauchen die dafür. Wir brauchen die auf der Bühne für das Theater, zu singen, am Instrument zu spielen oder für den Tanz. Aber wir brauchen die auch neben der Bühne für Technik, für eine Bar oder für die Leute zu begrüssen. Wenn du also zwischen ungefähr 13 und 30 bist, dann melde dich unbedingt an und bist dabei. Wenn du älter bist als 30, darfst du dich trotzdem auch anmelden. Vielleicht für etwas hinter der Bühne zum Beispiel oder auch vortran, für irgendetwas zu helfen. Melde dich trotzdem unbedingt an, bring deine Ideen mit. Es gibt verschiedene Kategorien, die du dich anmelden kannst. Aber wenn dir noch etwas in den Sinn kommt, das wir jetzt nicht aufgeschrieben haben, dann schreib das unbedingt rein. Wir sind froh für noch mehr Ideen, noch mehr, die man machen kann. Das Theater ist vom 8. bis zum 10. November, da werden wir es aufführen. Wir haben am 20. April ein Kennenlernen, ein erstes, wo mal alle kommen dürfen, wo wir mal sehen, wer was macht. Auch die, die eben nicht auf der Bühne sind, sondern sonst irgendwo, dass sie trotzdem auch ein bisschen wissen, an wer ich mich wende. Ja, nimm unbedingt deine Freunde mit, auch Leute, die Gott noch nicht kennen dürfen, dabei sein. Unbedingt. Es ist ein mega cooler Anlass für alle. Spielt es überhaupt keine Rolle, ob es sie Christen sind oder noch nicht. Ja. Bist du bei? Wäre mir dann cool, wenn du dabei bist. Wir freuen uns auf dich. Okay. Bis zum nächsten Mal.